Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie ich letztens versprochen habe, habe ich heute eine weitere Telegram-Sprachnachricht von Anthony William übersetzt, in der es unter anderem um die Vorgänge in den sozialen Medien geht und warum er auch immer wieder darüber redet. Und am Ende gibt es noch eine schöne kleine Geschichte aus Anthonys Leben. Er hat diese Nachricht aufgenommen am 28. Februar und sie hieß Did it happen? Also ist es passiert? Anthony William, Medical Medium Ich bin gerade mit der Arbeit fertig geworden und jetzt bin ich hier. Wenn ein Baum in den Wäldern umfällt und auf einem Reh landet und es tötet und es ist dann niemand, der das sieht oder hört, ist es passiert? Oder ist es nie passiert, weil es niemand gesehen oder gehört hat? Wenn ein Auto mitten in der Nacht in einen See fährt und auf den Grund sinkt und niemand sieht oder hört es, ist es passiert? Wenn ein Adler über das Wasser fliegt und einen Fisch sieht und seine Krallen im Flug ausstreckt und den Fisch ergreift und dann realisiert er, dass der Fisch zu schwer ist, um ihn aus dem Wasser zu ziehen und der Adler beschließt, ihn loszulassen, aber seine Krallen stecken schon fest in den Fischkiemen. Der Adler ist in Schwierigkeiten und der Fisch zieht schließlich den Adler nach unten und er ertrinkt. Und niemand war dort, der es gesehen hätte, niemand hat es gehört. Ist es überhaupt passiert? Wenn ein Mensch, den du nicht kennst, eine lange Zeit krank war, du hast diesen Menschen nie getroffen und weißt nicht, wer er ist, du weißt nicht, was er durchgemacht hat, du kennst seine Reise nicht, er war schon jahrelang krank, ist durch die Hölle gegangen und zurück und er findet ein Buch und das hat zum ersten Mal in all diesen Jahren der Suche Antworten und er beginnt die Informationen anzuwenden und beginnt zu heilen. Und dann ist er in den sozialen Medien unterwegs und sieht jemanden lügen. Er sieht einen eingetragenen Ernährungsberater oder einen Influencer. Er sieht jemanden lügen, Worte verdrehen. Er sieht, wie jemand etwas sagt, was ihn misstrauisch macht, misstrauisch dem Buch gegenüber. Dann legt er das Buch zur Seite und läuft weg. Und er ist wieder dort, wo er mit seinem Leiden und seinen Schmerzen vorher schon war. Und wenn es nun niemand gesehen hat oder gehört hat, ist es passiert? Hat dieser Mensch Vertrauen und Hoffnung verloren und eine Möglichkeit zur Heilung aufgegeben? Ist es überhaupt passiert? Niemand hat es gesehen. Der Mensch war ruhig, lebte sein Leben, niemand wusste etwas davon, aber ist es passiert? Eines der schwersten Dinge für mich ist es, nicht in der Lage zu sein, die Community zu schützen. Nicht so sehr, wie ich es gerne tun würde. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich nicht für die Community eintreten würde? Ich versuche mein Bestes. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich nicht eintreten würde für Menschen außerhalb der Community? Die versuchen zu lernen, einen Weg suchen. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich nichts dazu sagen würde? Ich weiß, dass Leute wollen, dass ich still bin. Ich weiß, sie wollen, dass ich gefügig bin und Angst habe. Sie wollen, dass ich einfach den Mund halte und zur Seite rücke. So, dass sie sagen und tun können, was sie wollen. Jahrelang hatte ich Diskriminierung, Angriffe auf meinen Charakter, Menschen, die wütend darüber waren, dass ich eine Stimme höre, dass die Information einzigartig und original ist und ich nicht einfach Lügen erfinde. Jahrelang habe ich das erlebt. Ich habe das zum Beispiel auf TikTok erlebt, bevor ich dort gesperrt wurde. Da tauchte jede Minute ein anderer Neuling auf. Ein Gesundheitsberater, ein Ernährungsberater oder wer auch immer. Jeden Tag. Ich habe gesehen, wie sie die Worte verdreht haben, die ich einmal gesagt hatte. Aber nie haben sie die Quelle zitiert. Das Video, aus dem diese Worte stammen. Denn sie wussten, dass so niemand diese Worte finden konnte und dadurch realisieren konnte, dass sie gelogen haben. Es ist so einfach, seine Plattform zu nutzen und zu sagen, was immer sie wollen. Es ist nicht das, was ich gesagt habe, was Spirit of Compassion sagte, das Buch oder der Medical Medium Podcast. Es ist verdreht. Warum sage ich immer mit gespaltener Zunge? Ich weiß, das stört einige von euch. Warum nutze ich diesen Begriff? Ich kann euch sagen, was es für mich bedeutet. Es bedeutet, deine Zunge geht in zwei verschiedene Richtungen. Das, was aus deinem Mund kommt, ist nicht ganz wahrheitsgetreu. Es ist verzerrt. Es heißt auch, du sagst eine Sache und widersprichst dem dann mit einer anderen. Oder es ist schlicht und einfach ausgedachte Manipulation. Wenn jemand Worte verdreht und Worte in deinen Mund legt. Und das ist es, was tatsächlich passiert. Ja, ich verstehe es. Hater wollen, dass ich still bin. So, dass sie sagen können, was sie wollen. Hass verbreiten. Und dann sagen sie, sie sind gar keine Hater. Sie möchten einfach ihre Wahrheit sprechen. Sie versuchen nicht unhöflich zu sein und so weiter. Aber gleichzeitig sagen sie die schrecklichsten Dinge. Es stört mich nicht, weil es mir jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr passiert. Gerade im Moment geschieht es auf den verschiedenen Plattformen. Diffamierende Lügen. Diffamierende Lügen. Diffamierende Lügen. Stört es mich? Betrieben, um sicherzustellen, dass jeder, der auch nur beginnt, Medical-Medium-Informationen anzuwenden, seinen Weg zu finden und zu heilen, dass jeder von diesem Weg abgebracht wird. Weg von seinem Heilungsprozess. Da ist ein Typ da draußen, der das gerade macht, der alle möglichen diffamierenden Lügen verbreitet. Auf einer der Apps. Er dreht förmlich durch. Er ist sowas wie ein Trainer. Und man kann sehen, dass man ihn mit Informationen gefüttert hat. Und das hat ihn entzündet, entflammt. Und man denkt, hast du nichts Besseres zu tun? Denn Menschen, die gerade begonnen haben, werden vielleicht dadurch verscheucht. Und mir soll nicht erlaubt sein, die Medical-Medium-Informationen zu verteidigen. Ich werde dafür kritisiert. Aber was ich verteidige, sind die Menschen, die nun länger leiden könnten. Ich könnte mir sagen, nun, wen kümmert's? Das könnte ich sagen, nicht wahr? Warum sollte es mich so sehr kümmern? Wie wäre es, wenn ich mich einfach mehr um mein eigenes Leben kümmern würde? Das kann ich nicht tun. Es ist nicht in meinen Fasern, nicht in meinen Zellen, nicht in meinem Sein, nicht in meiner Seele. Ich kann das nicht tun. Ich muss mich für die Informationen einsetzen. Und ich muss mich für Spirit of Compassion einsetzen. Und ich muss mich für die Wahrheit einsetzen. Denn wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht für die Menschen einsetze, die irregeführt werden. Es ist wirklich traurig. Im Moment sehe ich einen Begriff immer wieder. Medical-Medium, das ist ein Kult. Wirklich? Ich sehe, wie da eine Hatersville wächst. Eine Stadt der Hasser. Ein Medical-Medium-Hasser-Club-Kult. Es wäre mir wirklich egal, aber ich weiß, dass Menschen den verdrehten Worten wirklich glauben werden und eine Chance zu heilen verlieren. Vielleicht sollte es mir egal sein. Bin ich zu verstrickt darin? Aber jedes Mal, wenn ich versuche, mir das zu sagen, Menschen raten mir sowas. Hey, warum kümmert es dich so sehr? Schreib einfach deine Bücher und das war's. Ja, da sind Hater, da sind Menschen, die lügen, aber was soll's. Aber jedes Mal, wenn ich dann versuche zu sagen, ja, du hast recht, warum solltest mich so sehr kümmern? Dann plötzlich bekomme ich dieses Gefühl in mir, umgehend dieses Gefühl, das sagt, oh mein Gott, es kümmert dich so sehr. Es ist unglaublich. Es bedeutet dir alles. Und ich realisiere, davon gibt es kein Zurück. Es ist dasselbe Gefühl, das ich mein gesamtes Leben lang gehabt habe. Und das ist, es muss dich kümmern. Das ist es, was Spirit of Compassion mir gesagt hat, als ich ein Kind war. Du musst dich um die Menschen kümmern. Es muss dich kümmern, wie es ihnen geht. Und wie ihr Heilungsprozess ist, was sie durchmachen, ihre Schwierigkeiten. Du kannst das nicht aus den Augen verlieren. Du musst deine Augen auf all dem haben. Dein Herz darin haben. Deine Seele damit verbunden halten. Du musst wissen, was die Mission ist. Und ich habe immer all die Jahre diese schlechten Dinge aufgedeckt. Ich habe so viel Scheiße dafür abgefangen. Für das Aufdecken der schlechten Dinge. Für die Geräte, für ionisiertes Wasser. Die Pathogene, die aus den Laboren gelassen werden. Die Lufterfrischer. Das Koffein. Die Düfte. Die Pestizide. Die Chemtrails. Das DDT. Denn jeder dachte, er sei schon längst nicht mehr da. Aber das stimmte nicht. Ich habe so viel abbekommen. Für den Essig. Für die Hefeflocken. Das ist ein eigener Kult. Ich habe mich auch gegen die natürlichen Aromen ausgesprochen. Alkohol in Nahrungsergänzungen. Das ist der Grund, warum es heute weniger Nahrungsergänzungen auf der Welt gibt mit Alkohol. Das ist passiert aufgrund der harten Arbeit und der Schläge, die ich eingesteckt habe. Und dann die toxischen Schwermetalle. Mann, habe ich dafür eingesteckt in all diesen Jahren. Ich habe also immer den ganzen Mist aufgedeckt, um die Menschen und ihre Gesundheit zu schützen. Aber ich kann die finstere Natur der Dunkelheit nicht ignorieren, wenn sie versuchen, Menschen an der Heilung zu hindern. Ich verstehe es. Jeder hat seinen freien Willen und kann entscheiden, was immer er möchte. Aber sollten sie ihre Entscheidung nicht fällen, wenn sie die Wahrheit vor sich haben und nicht eine verdrehte Version davon, die nicht stimmt? Ich meine, möchtest du nicht eine Wahl mit den richtigen Informationen treffen? Wenn jemand eine Lüge erzählt oder er versteht die Informationen meinetwegen komplett falsch, weil ihm jemand eine Lüge erzählt hat und erzählt dann diese Lüge weiter, dann kannst du keine Wahl treffen, die auf den wahren Informationen beruht. Dieser Trainer also, der geht so richtig ab, greift an, immer und immer wieder. Und ich denke, Mann, warum? Was habe ich dir getan? Er erinnert mich an einen anderen, der auch in dieser Art auf mich losgegangen ist. Ein Trainer, der ziemlich bekannt war in der Gesundheitsszene und der hat eine ganze Reihe von Videos gemacht. Eins davon war, Medical Medium sagt, der Magen hat Magendrüsen. Medical Medium irrt sich, der Magen hat keine Drüsen. Doch, das hat er. Tatsächlich. Im Magen gibt es Drüsen. Und dieser Trainer hatte eine recht große Reichweite und sagte seinen Leuten, ein paar Hunderttausenden, dass Medical Medium lügt oder falsche Dinge über den Magen verbreitet. Und diese paar Hunderttausende, die ihm zuhörten, reagierten ungefähr so. Wie dumm Medical Medium ist. Los, schnapp ihn dir, Trainer. Es war wie bei einer Fressorgie. Tausende Menschen machten Kommentare über Medical Medium und schrieben, gut, dass du das aufzeigst. Medical Medium liegt falsch. Und wisst ihr was? Sie alle lagen falsch. Der Magen hat diese winzigen Drüsen, die deine Magensäure produzieren. Sie haben sich alle geirrt. Aber ich sehe sowas jeden Tag. Es geht aber nicht um mich. Es geht um die kranken Menschen. Warum sollte mich das kümmern? Ich sage dir warum. Weil, wenn du wirklich krank bist, nicht nur teilweise krank oder ein bisschen krank. Wenn du wirklich krank bist. Und ich habe etwas bemerkt. Die Menschen, die versuchen, Medical Medium auseinanderzunehmen, waren nie ganz furchtbar krank. Sie waren nie auf ihren Knien und beteten. Dachten nicht, dass sie ihr Leben nicht mehr würden leben können. Gefangen im Bett. Nicht mal in der Lage zu duschen. Ich bemerke, es sind nicht diese Menschen. Diese Menschen machen das nicht. Wenn sie beginnen zu heilen, dann wissen sie, was sie hinter sich haben. Sie sind Kämpfer und sie machen das nicht. Warum sollte es mich kümmern? Wenn du dich in ihre Schuhe stellst, wenn du das versuchst und dich wirklich mit ihnen und ihrem Leiden verbindest, dann möchtest du sie schützen mit allem, was du hast. Das möchtest du einfach. Denn dieser Ort der Verletzlichkeit, dieser Ort, an dem Menschen sind, wenn ihr Körper bedeckt ist mit Eczemen, wenn ihre Trigeminus-Neuralgie sie dazu zwingt, Spritzen hinten in den Hals und in ihren Kiefer zu bekommen, wenn sie kaum gehen können, weil ihre Beine sich wie Sandsäcke anfühlen, sie können kaum sehen, weil sie so starke Glaskörpertrübungen haben, sie haben Tremure und Zittern am ganzen Körper und sie sind ernsthaft depressiv, haben Schmerzen am ganzen Körper, ohne Erklärungen. Und ich mache mir immer Sorgen, denn das Spiel hat sich verändert. Es ist nicht so, wie es vor 10 Jahren oder wie es vor 20 Jahren war. Wenn Menschen da Medical Medium und die Informationen gefunden haben, da war nicht so viel Hass da draußen. Aber die Welt hat sich verändert. Wie findest du noch etwas Gutes, ohne dass eine ganze Reihe von Leuten mit einer Agenda versuchen, dich vom Weg abzubringen? Wie kann jemand eine Chance auf Heilung haben, wenn da diese ganzen Leute sind mit verschiedenen Agenden, die versuchen, dich aus der Bahn zu werfen? Wenn man eine Agenda hat, dann hat man nicht diesen kleinen Lichtstrahl. Man sagt nicht, vielleicht sollte man sich Medical Medium ja mal anschauen, vielleicht hat er ja recht, er macht das immerhin schon sehr lange und er hat sehr vielen Menschen geholfen. Stattdessen ist es einfach, bringt ihn zu Fall, brecht seine Community auseinander. Ich weiß, in letzter Zeit habe ich viel darüber geredet. Aber wenn ich wegschaue, was bin ich für ein Mensch? Ich meine, wenn du ein verwundetes Tier siehst, dann schaust du noch einmal hin. Vor Jahren sah ich einen wilden Truthahn. Er hatte einen verletzten Flügel. Ein Auto hatte ihn getroffen und es war dieser wunderschöne, wilde Truthahn, dieses großartige Geschöpf. Es ist möglich, dass der Fahrer dieses Autos, das ihn angefahren hat, an Truthahn-Abendessen dachte und sich dachte, hey, wen kümmert's, ob der Truthahn lebt oder stirbt? Ich war in einem Auto hinter diesem Auto und ich sah, wie der Truthahn angefahren wurde. Es war die Mutter, der Mutter Truthahn. Und da waren neun Truthähne hinter der Mama. Diese neun Truthähne waren Baby Truthähne. Die Mutter war vorne. Ich sah, wie die Babys versuchten aufzuholen. Ich sah, wie das Auto die Mutter traf. Und die Mutter flog rückwärts in die neun Baby Truthähne hinein und verletzte drei von ihnen. Das Auto fuhr einfach weiter. Wen kümmert's? Ich hielt an. Aber ich fuhr nicht zur Seite. Ich fuhr in die Mitte der Straße und stoppte das Auto dort, denn ich wusste, die Autos hinter mir würden die restlichen Truthähne, die Baby Truthähne anfahren und der Mutter den Rest geben. Ich wusste, das könnte furchtbar auf mich zurückfallen und ich könnte möglicherweise auch angefahren werden. Aber ich habe es darauf ankommen lassen. Ich dachte, nein, ich kann nicht mit ansehen, wie all diese Baby Truthähne abgeschlachtet werden. Und ich kann nicht mit ansehen, wie der Mutter Truthahn abgeschlachtet wird. Und ich hielt an und stieg aus. Und einer der Baby Truthähne war in einer wirklich schlechten Verfassung. Der Flügel der Mutter war komplett gebrochen. Die Mutter sah mich an. Und sie sah mich nicht in Angst an, sondern sie sah mich an wie, Gott sei Dank, jemanden kümmert es. Ich sah den Blick in den Augen dieses Truthahns und dieser Mutter Truthahn wusste, dass ich das Auto gestoppt hatte und dass ich ausgestiegen war. Und sie las meine Gefühle und sie wusste, was ich fühlte. Der Mutter Truthahn mit dem gebrochenen Flügel versuchte, einige der Baby Truthähne zusammenzusammeln und sie von der Straße wegzubringen. Der Baby Truthahn, der am schwersten auf der Straße verletzt worden war, hatte ein gebrochenes Bein und er konnte noch nicht fliegen, er war zu jung. Ich hob ihn mit meinen Händen auf und die Mutter hat sich nicht über mich aufgeregt und ich brachte diesen Baby Truthahn zur Seite der Straße und ich schwöre, ich wollte am liebsten schreien und weinen. Ich weiß, dass Menschen, die hinter mir waren, dachten, ich sei verrückt. Denn ich weiß, wie diese Welt funktioniert und ich weiß, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die keinen Pfifferling auf einen Truthahn geben. Ich bin nicht dumm. Ich sah, wie ein Auto versuchte, um uns herumzufahren. Es kümmerte den Fahrer nicht, ob die Truthähne zurück auf die Straße liefen oder nicht. Er beschleunigte einfach und ließ das Fenster runter und machte eine wütende Bewegung mit der Hand. Ein Teil von mir wollte sagen, genieß deine Zeit in der Hölle, mein Freund. Ich glaube, es gibt eine Verantwortung, eine Verantwortlichkeit, die wir hier haben müssen. Ich musste eine Wahl treffen. Soll ich die Mutter irgendwie ins Auto nehmen und zu irgendeiner Art von Tierheim bringen? Soll ich die Babys mitnehmen? Wie kriege ich alle neuen Babys? Ist das überhaupt möglich? Werde ich vielleicht einfach einige von Ihnen so erschrecken, dass sie irgendwo hin verschwinden? Also saß ich da, an der Seite der Straße und ich beobachtete die Mutter und die Babys, wie sie versuchten, sich irgendwie zu sammeln und ich realisierte, sie versuchten, eine Entscheidung zu treffen. Die Mutter traf eine Entscheidung. Darüber, wie sie es irgendwie schaffen würde, das Baby mit dem gebrochenen Flügel mitzutragen, das sich nicht bewegen konnte. Sie wussten, sie mussten weg und sie mussten das hier hinter sich lassen und ihr Leben leben. Ich konnte sehen, dass der Flügel der Mutter ziemlich schlimm gebrochen war und sie würde wahrscheinlich trotzdem für ihre Kleinen sorgen und sie würden sich irgendwo in ein hohes Gras einschmiegen. Ich wartete dort für mehr als eine Stunde und die Mutter beschloss, mit den anderen Babys wegzugehen. Und sie hatten keine Wahl. Sie ließen den einen Babytruthern zurück. Sie sagten ihm alle auf Wiedersehen. Ich habe es beobachtet. Da waren drei andere Babytruthähne, die zu ihm hingegangen sind und nickten mit ihren Köpfen zu ihm hin und sagten im Grunde, es tut uns leid, dass wir dich verlassen müssen. Und irgendwann machten sie das und der Babytruthern saß einfach dort und ich hob ihn auf und brachte ihn in mein Auto und auf meinen Vordersitz. Und er sah mich an, während ich fuhr und überall nach einem Tierasyl suchte. Ich hätte auch einfach sagen können, scheiß drauf und einfach weiterfahren wie alle anderen. Denn mein Leben ist wichtiger als alles andere, nicht wahr? Alles, was wir machen, ist ja so wichtig. Jedes Mal, wenn ich an einem Pickleballplatz vorbeifahre, wo sie alle Pickleball spielen oder an einem Tennisplatz, denke ich, euer Leben ist so wichtig. Ja, stimmt. Das Leben von jedem ist so wichtig. Ich verstehe. Aber ich konnte das nicht. Menschen fragen sich, warum ich immer die Community verteidige, Spirit verteidige oder verteidige, wer ich bin. Sie bestrafen mich dafür und sagen, ich sei unreif, ich sei ein Mobber und alles mögliche andere. Dabei werde ich ständig gemobbt, die Medical Medium Community wird ständig gemobbt, schikaniert von allen Seiten. Aber so funktioniert die gespaltene Zunge. Sie sagen, du bist der Mobber, wenn sie es sind. Sie sagen, du bist unreif, wenn sie es sind. Und wenn ich versuche, die Informationen zum Schutz von kranken Menschen in der Community zu verteidigen, dann heißt es, ich bin der Mobber, der andere schikaniert. Wenn ich jemanden korrigiere, der gelogen hat, heißt es, ich würde nun diesen Menschen mobben. Es ist unglaublich. Es ist eine Taktik, um jemanden zum Schweigen zu bringen. Das ist es. Da gibt es einen Ausdruck auf Englisch. Blind eye. To put a blind eye. Blindes Auge. Das kennt ihr, oder? Den Blick abwenden. Und das ist schwer. Schwer für mich. Ich habe das nie können. Ich musste für mich einstehen, seit ich vier Jahre alt war und Spirit hörte. Was übrigens auch etwas ist, was mir vorgeworfen wird. Sie sagen, wenn du denkst, du bist Jesus, ich bin nicht Jesus. Wer hat jemals gesagt, dass ich Jesus bin? Und viele andere Dinge, die sie sagen. Ich spiele Opfer und so weiter. Wirklich? Man darf sich nicht für die Wahrheit einsetzen? Ich meine, ich sage mir, vergiss einfach die Hater. Aber in dem Moment, wo ich das versuche, merke ich, nein, jemand wird verletzt werden. Sie werden vom Heilungsweg abgebracht werden, wenn sie das hören. Es ist traurig. Man verschließt ja auch nicht einfach die Augen vor einem Mörder. Man schaut nicht weg. Man schaut nicht einfach weg bei den Flugzeugen, die all das Zeug im Himmel abwerfen. Man schaut nicht weg bei dem, was Menschen brauchen. Man passt auf andere Menschen auf, so gut man kann. Danke, dass ihr zugehört habt. Gott segne euch. Ja, das war also Anthony's Sprachnachricht. Da war ein Satz, bei dem ich beim Übersetzen gespürt habe, wie er mich anspricht, auch so wie Anthony ihn gesagt hat. Und dieser Satz war, ich glaube, es gibt eine Verantwortung, die wir hier haben müssen. Und ich merke, wie ich das in den letzten Jahren mehr zu verstehen und auch zu fühlen und auch zu leben beginne. Und ich merke, das verdanke ich wirklich zu großen Teilen Anthony William. Einerseits, glaube ich, durch die viele lebendige Nahrung und natürlich auch durch seine Worte. Ja, ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.